Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Heute mit dem Thema Sirius sagt Let's Play Sucks. Dramatische Pause. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich in der nächsten Sirius sagt Folge sagen oder machen oder erzählen oder kommentieren soll. Und da ich in den letzten Tagen eine Menge Let's Play Videos gemacht habe, habe ich gedacht, nehme ich das einfach mal so als Thema. Das ist grundsätzlich eher so ein Nerd-Thema. Das bedeutet, ja, das dreht sich darum, wie funktioniert YouTube, wie funktioniert der eigene Kanal, was muss man machen, um solche Videos zu erstellen und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht nicht so universal kompatibel oder interessant für Leute wie dieses Thema Playstation 3 Spieler sind Asi, Xboxler aber auch oder so, wo ich darüber geredet habe, dass die sich halt streiten, ja. Aber generell dieses Thema Let's Play Sucks geht mir doch schon die ganzen Tage so ein ganz klein bisschen durch den Kopf aus unterschiedlichen Anlässen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es mal ganz interessant, so hinter die Kulisse zu gucken, die so ein normaler YouTuber in meiner Größenordnung, also eher ein kleinerer YouTuber, sage ich jetzt mal, innerhalb dieser Partnerschaften hat. Da ist es nämlich manchmal gar nicht so einfach oder auch ganz schön anstrengend, stressig, dass man sagt, oh, zack das. Das führt sich so ein bisschen auch zurück. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass ein ehemaliger German Tater, das war so eine kleine Call of Duty, ne, eine kleine nicht, aber es war so eine Call of Duty Community, wo es jemand gab, der hieß Tio, den gibt es auch immer noch, der machte mal ein Video, das nannte sich Commentary vs. Let's Play oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das das Thema und Tio kam halt eigentlich zu dem Schluss, dass Commentaries die wesentlich anspruchsvolleren Videos, die wesentlich schwierigeren Videos wären, weil man halt erstmal was Gescheites erspielen muss. Man muss es dann mit einem vernünftigen Thema aufarbeiten, nachkommentieren und so weiter. Und Let's Plays würden sich halt so ein bisschen fließbandmäßig produzieren lassen. Das war jetzt nicht negativ von ihm gemeint, sondern einfach nur ein bisschen so eine Analyse des Themas. Jetzt ist es für mich in der Tat so, dass ich mittlerweile Let's Plays wesentlich schwieriger und auch nerviger finde, also die zu produzieren. Also für mich persönlich, ich empfinde mich eher immer noch so ein bisschen als Kommentator, also als jemand, der was erklärt, was erläutert, die Daily News vorliest oder sowas, als wie jetzt so ein reiner Let's Player. Ich finde, das macht ansatzweise Spaß, ist aber auch wirklich enorm, enorm schwierig, also gleichzeitig zu spielen und sich immer eigentlich was Interessantes, Lustiges oder zum Thema Passendes einfallen zu lassen, was sich nicht in diesem globalen Schwachsinnsmatch der großen Masse der Let's Player einreiht, finde ich doch schwierig. Ja, also zu dem kommt, dass man bei einem Let's Play enorm viele geile Kommentare unter dem Video hat, die man bei einem Let's Play aber nicht verändern konnte. Ja, also es gibt so viel Meckerei und so viel Besserwisserei von wegen so, ja, warum bist du jetzt nicht da hochgegangen? Wo ich mir dann denke, ey, alter, Blut ist an seit Folge 1. Das habe ich in Video 3, in Video 5 und in Video 7 schon gesagt. So langsam schwillt dann so ein bisschen die Ader am Hals an, weil man denkt, könnte ich diesen jemanden jetzt virtuell durchs Internet greifen, würde ich den gerade greifen und in den Kommentaren schütteln. Das gibt es halt ganz oft, also es ist immer, der Spielsound ist zu leise, deine Stimme ist zu laut und im nächsten Video schreibt der nächste, der Spielsound ist zu laut und deine Stimme ist zu leise. Wo du denkst, äh, was denn jetzt, ich habe doch schon das immer so angepasst, dass es jetzt... So, und dann kriegst du so langsam, ähm, ja, und man kann es auch nicht mehr ändern. Nämlich, wenn es fertig kommentiert und als Video gepresst ist, kannst du es nicht mehr ändern. Bei einer nachkommentierten Sache ist es immer so, dass ich das Video hier liegen habe, mir das in einzelnen Abschnitte schneide, da, äh, in den Parts spreche, wo es gut passt. Ich kann das teilweise mit der Lautstärke dann noch ein bisschen Regeln anpassen, das versuche ich zwar mit den Let's Plays aus. Es ist aber aus technischen Gründen wesentlich schwieriger, ja, also da ist es dann, ähm, dass du eigentlich quasi permanent Content erstellen musst. Die Let's Play, äh, Zuschauer sind ja auch wirklich unersättlich, ja, das heißt, du lädst am ersten Tag von Assassin's Creed, habe ich ungelogen, ich habe gedacht, jetzt haue ich alles raus. Jetzt, äh, haue ich, acht Folgen habe ich rausgehauen, ich habe immer gedacht, guck mal, wie das läuft, Folge eins, zwei, ich habe gesagt, drei mache ich. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, vier, fünf, da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, machst du sechs, sieben, acht. Ich glaube, bei acht habe ich dann abends aufgehört, habe ich acht Folgen rausgehauen und ich schwöre, acht Folgen Let's Play zu Assassin's Creed an einem Tag. Wenn da in Folge acht steht, wo ist Folge neun, da könntest du so sagen, Folge neun ist auf meinem Rechner. Ja, vielleicht hört sich das jetzt noch ein bisschen zu kritisch an, aber ich möchte das auch gerne mal so ein bisschen dramatischer darstellen, damit sich das für den Zuschauer oder den Zuhörer hier so ein bisschen besser verdeutlicht, ja. Ja, also bei den Let's Plays ist es zum Beispiel, äh, man hat auch, äh, äh, unterschiedliche Schwierigkeiten. Man hat zum Beispiel so Fails drin, die teilweise ganz lustig sein können, dass ich das auf meinen No Luck, No Skill zurückführen kann. Ich hatte zum Beispiel, äh, zwei, drei lustige Zähne bei Assassin's Creed, wo ich aus Versehen auf ein Fass gestiegen bin, was ich eigentlich gar nicht wollte. Also mitten in so einer Menschenmenge oder so, beim, beim Schleichen oder so, das ist ab und zu ganz lustig. Du hast aber natürlich auch schon mal, dass du ein Kapitel verboxt. Das heißt, du spielst 15 Minuten lang, am Ende verboxt, du hast es aus irgendeinem Grund und musst es nochmal spielen. So, dann ist es so, dass du teilweise diese 15 Minuten Arbeit, die du dir gerade mit dem Kommentieren gemacht hast, wo vielleicht irgendwas Witziges passiert ist, was eigentlich toll war, wieder einen Mülleimer wirfst. Na, das ist mir gestern Abend zum Beispiel passiert bei Metal of Honor Warfighter, da habe ich diese Sequenz da, äh, neu gespielt, die gerade online gegangen ist. Ich glaube, das war Part 10 und, ähm, dann hatte ich so, ich hatte, das glaube ich, zum zweiten Mal schon probiert, weil irgendwas auch beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ich hatte zwölf Minuten rum, auf einmal geht das Ding aus und, und ich gucke so und was öffnet sich, dieser Apple iTunes Dingens, ich will mich aktualisieren, ich hab mal dein Let's Play abgebrochen. Da denkst du so, oah, das passiert dir beim Nachkommentieren nicht, deshalb Let's Play sucks, ohne Ende, ja. Also du hast mit wesentlich mehr Schwierigkeiten zu kämpfen, als wenn du ein Call of Duty Video nachkommentierst, kann ich euch jetzt mal sagen. So, dann kommt noch dazu, dass ich als offizieller Partner mich ganz häufig an Embargos des Publishers halten muss. Sprich, Ubisoft hatte mir, ähm, zwei Wochen vor Release schon Assassin's Creed 3 geschickt. Das bedeutet, ich hatte das irgendwann, äh, Mitte Oktober, ich kann jetzt, das genaue Datum müsste ich jetzt nachgucken, auf jeden Fall weit vor Release hatte ich das Spiel schon. Ich sollte es nicht sagen, dass ich es habe, das heißt, das lag hier und man konnte nicht mal sagen, ne, 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 ne. Durfte ich nicht, ähm, hab ich erst eine Woche später gemacht und ich durfte es auch erst, äh, irgendwie einen Tag vor Release hochladen. Das hat natürlich zur Folge, dass die ganzen Nichtpartner und die ganzen Leute, die sich nicht korrekt verhalten innerhalb dieses Business, sag ich mal, äh, das Teil einfach zwei, drei Tage vorher hochgeladen haben, da sofort 50.000 Klicks abkassieren, während man selber irgendwie, äh, 20 Folgen auf der Festplatte liegen hat, die man versucht hat, tagelang wundervoll zu kommentieren, die, äh, daher dann irgendwo in der, äh, im YouTube-Ranking auf Platz, äh, 287 gelandet sind, die dann irgendwie tausend Leute geguckt haben. Statt, wie man sich das gewünscht hat, vielleicht mal zehn. Ja, also ich hab mir wirklich gewünscht bei Assassin's Creed, ich hab gedacht, das ist ein super Thema, ich hab mir mit den Videos, wie ich finde, ähm, Mühe gegeben, sag ich jetzt mal einfach so, ich fand, das war eine ganz gute Sache, eine ganz schöne Sache, auch ein Thema, was mich selber interessiert und ich hatte so ein bisschen gehofft, hey, vielleicht ist das wirklich auch mal so ein Let's Play, was die Leute interessiert, weil ich hab ja schon ein, zwei Let's Plays beendet, also, äh, ganz großes, schlimmes Ding war halt Mass Effect, was ich abgebrochen hab, was mich selber an den Rand des Wahnsinns gemacht hab, dass ich mein eigenes Lieblingsspiel mir damit versaut habe. Was aber zum Beispiel ganz gut funktioniert hat, war, äh, Skyrim Dawn Guard, hab ich auch der Xbox komplett durchgespielt, ich glaub in 50, 54 Folgen oder irgendwie sowas. Das lief richtig gut, das hat mir Spaß gemacht bis zum Anfang und, ähm, zum Ende. Aber es ist halt, äh, schwierig, so ein Let's Play bis zum Ende zu machen, wenn so ein Spiel teilweise 50, 60, 70, 80 Folgen haben müsste, wenn das am Ende nur noch 500 Leute gucken. So, oder 200. Du lest es hoch, am ersten Tag 200 Leute, dann denkst du dir, ey, lad dich jetzt irgendeinen Scheiß hoch, wo ich sag, äh, Call of Duty, Scheiße, da hab ich sofort 20.000 Aufruf, wo alle Hater mitfeiern. Dann machst du ein ordentliches Video, was 200 Klicks bekommt, denkst du natürlich, ja, Scheiße, dann mach ich das doch nicht mehr. Dann beschweren sich die Leute in, in Jammerfolgen, Mimimimimi-Kommentaren, äh, von wegen, das ist so eine Schweinerei, wer das jetzt hätte fallen lassen und so. Wo ich sage, ey, Alter, wenn's keiner guckt, dann mach ich's doch nicht weiter. Also, ich, ich mach's ja, äh, ähm, ähm, nicht für niemanden, ja. Also, wenn man YouTube-Videos macht, dann möchte man ja auch, dass die geguckt werden. Das hab ich, glaub ich, schon mal irgendwo in der Folge erklärt. Und wenn's niemand guckt, beziehungsweise zu wenig Leute gucken, äh, äh, summa summarum, unter 1.000 Leute ist immer zu wenig, ähm, äh, dann macht man das einfach nicht mehr. Weil dann steht's in keinerlei Relation mehr von, äh, Preis-Leistung, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, also von Aufwand-Leistung, Aufwand-Ertrag, so irgendwie, ja. Also, das muss sich schon so ein bisschen die Waage halten. Deshalb entscheidet bei mir letztendlich eigentlich immer der Zuschauer darüber, ob dieses Let's Play bis zum Ende läuft oder nicht. Dann gibt's sowas, dass ich ganz gerne mal den Zuschauer gefragt habe, ähm, oder mal gesagt habe oder auch mal ins Video eingeblendet hab, ey, wär halt cool, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet oder mal einen Kommentar da lasst oder so. Das pusht das Video einfach, das hilft mir. Dann kommen die potenziellen Mimimi-Zuschauer wieder. Damit meine ich jetzt nicht euch, meine gepflegten Zuhörer-Freunde, weil ich weiß, dass die meisten Leute, die das Sirius-Sag gucken, wirklich, äh, äh, echt Top-Leute sind. Es kommt ja mehr so der, der abseitige Zuschauer, der mal irgendwie über das Video gestolpert ist und dann meint, irgendwie einen blöden Kommentar geben zu müssen. Ähm, der dann irgendwie sagt, ja, hast du das denn nötig? Da so nach Daumen zu betteln, sei doch mal zufrieden damit, was du bekommst. Dann sage ich, ja, ist ja super. Äh, äh, äh. Also man haut Tag für Tag Content raus und sagt den Leuten, ey, wenn's gefällt, dann klickt halt einen Daumen nach oben. Das empfinde ich nicht sonderlich als Betteln, sondern als eine fröhliche Erinnerung danach, dass mir so ein Daumen nach oben oder auch jeder Kommentar wirklich einfach dabei hilft, dass das Video besser ankommt, besser bei YouTube gelistet wird und auch mehr Zuschauer letztendlich einfach bekommt, was so ein Let's Play, Let's Playens wert macht. Und wie die meisten vielleicht wissen, antworte ich auch auf einen großen Teil, der Kommentare. Der Kommentar, der mir neulich sehr gut gefallen hat, war, äh, hallo, hallo, weiß hier irgendjemand, wie man einen großen Kommentator anschreiben kann? Da hab ich drunter gepostet, hab ich dann geantwortet, bei meinem Video, ähm, die Antworten ja meistens doch nicht. Ich glaub, der Spaß wurde nicht verstanden. Auf jeden Fall kam da kein Feedback zurück, aber der Typ hat doch bis heute nicht geschrieben, außer ich bin total größenbasisch geworden und der wollte Gronkh anschreiben. Wahrscheinlich hat der Gronkh angeschrieben dann, ja, vielleicht, das geht mir gerade. Ja. Fällt mir. Ja, okay. Zurück, äh, 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 zum Thema. Vielleicht von diesen Embargos nochmal mit Assassin's Creed und so. Da gab's ja auch eine Sache, über die hab ich mich auf Facebook sehr aufgeregt. Ich kann euch nur echt empfehlen, es ist so toll, mir auf Facebook zu folgen. Es ist sensationell, man erlebt so viele tolle Sachen. Also, das, äh, euer Leben wird dadurch wirklich bereichert. Ne, das natürlich nicht, aber man kommt schon mehr Sachen aus dem Hintergrund mit, weil, wenn ich zum Beispiel mal ein einzelnes Foto poste oder mal ein Statement oder sowas, was jetzt nicht ein ganzes Video wert ist, da hat man auf Facebook schon irgendwie nochmal einen direkteren und engeren Kontakt. Deshalb kriegt man da eigentlich nochmal mehr mit. Und ich hab mich neulich geärgert über die, äh, Crisis 3 Alpha, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Weil die Crisis 3 Alpha, die auf 500 von Servern läuft und mit zehntausenden von Spielern, wird im allen Ernst von Crytek als Closed Alpha, also als geschlossener Test verkauft. Ich hab jetzt, muss ich sagen, an der Battlefield 3 Alpha teilgenommen, nicht an der Beta, nein, sondern wirklich an der geschlossenen Alpha, wo halt die Entwickler mitgespielt haben und einige andere, was weiß ich, 500 oder 1000 Leute, da war's wirklich geschlossen. Ja, das war ein kleiner Kreis, du musst ein Embargo unterschreiben, du darfst auf keinen Fall was sagen, fotografieren, tun, blablabla. Da hat man das akzeptiert, wusste, hey, das darf keiner sehen, es ist sehr intern und so, dann machst du nichts zu. Aber bei so einer geöffneten Alpha mit zehntausenden von Spielern, die sie als Closed beschreiben, da dann von Crytek aus zu sagen, da dürft ihr nicht zeigen, böse, böse, wo es eh schon zehntausende spielen, das ist doch der absolute Quatsch. Was ist dann das Fazit der Geschichte? Es waren sofort am ersten Tag irgendwie 500 Videos oben zur Crisis 3 Alpha mit Themen wie Crysis ist scheiße, Alpha sucks oder, ey, guck mal her, ich hab super Skill. Ja, also im Grunde genommen waren da relativ viele Scheiß-Videos zu da, wo ich mich frage, warum mach ich, also derjenige, der Crysis 2 wirklich auch im Multiplayer geliebt hat und von Anfang bis Ende mit Videos irgendwie supportet hat, warum darf ich nicht oder warum mach ich nicht? Warum wird dann nicht gesagt, mach du doch ein freundliches Commentary? Fällt mir ein, wäre ein Commentary gewesen, wäre gar kein Let's Play gewesen, passt gar nicht zum Thema, zack, zackt schon wieder. Ich merke schon, das dreht sich hier im Kreis. Ich muss mal eine kurze, dramatische Schweigepause machen. Ja, Spielen aus Spaß. Als Let's Player spielt man eigentlich manchmal immer weniger aus Spaß. Es ist schön, wenn das Spiel Spaß macht, aber man spielt immer mehr mit dem Hintergrund, passt das jetzt auf YouTube, hab ich jetzt was Gescheites gesagt, ist das jetzt gut kommentiert. Es geht natürlich nach und nach ein bisschen mehr ins Blut über, dass man es lockerer macht, ohne sich großartige Gedanken darüber zu machen. Ja, grundsätzlich geht aber manchmal einfach ein bisschen der Spaß verloren und da möchte ich dann einfach an die Zuhörer oder auch an die Zuschauer mal appellieren, dass man sagt, ey, wenn es jetzt heute keine neue Folge gibt oder wenn man mal irgendwo runtergefallen ist oder irgendwas nicht so 100% korrekt gemacht hat, wie du dir das jetzt persönlich gewünscht hättest, wie du es hättest spielen wollen, dann ist das halt so. Grundsätzlich an diese Zuschauer möchte ich dann ganz gerne eigentlich mal sagen, die sind ja heute nicht hier. Ich müsste das eigentlich unter jedes Video oder unter jedem dummen Kommentar posten, dass man sagt, ey, dann mach du doch das Let's Play, wenn du so toll bist oder es so super kannst. Das will ja dann auch keiner, das muss ich ja dann irgendwie machen am Ende. Ja, gute Kommentatoren und Let's Player oder gar gute YouTuber sind auf jeden Fall rar wie Sand am Meer, finde ich. Es gibt zwar ganz viele, es gibt ganz, ganz viele Let's Player, aber ich finde das meiste würde ich mir ehrlich gesagt nicht angucken. Für mich wäre es sehr interessant, wenn ich da mal irgendwie so eine Analyse oder so ein Feedback bekommen würde, warum die Leute überhaupt mich gucken. Ja, also warum guckt man jetzt ein Spiel, was jemand anderer spielt und dabei kommentiert? Das ist mir früher irgendwie nie so klar geworden. Ich denke mir dann manchmal so, ja, okay, dann haben die Jungs halt kein Geld, das Spiel zu kaufen, gehen noch zur Schule, gucken halt erstmal ein bisschen rein und so. Einer erzählt ein bisschen was dazu, wie er es findet. Das ist ja ganz okay, aber dass die Leute dann wirklich 50, 60, 70, 80 oder wie bei Gronkh 587.000 Folgen zu Minecraft gucken, bleibt mir bis heute fast selber unerklärlich. Ich selber gucke ja auch kaum andere YouTuber, weil mir bleibt einfach keine Zeit. Also ich gucke dann auch eher so YouTuber, die so entweder im Commentary-Bereich sind oder ich weiß nicht, also ich gucke keine anderen Let's Player. Also das ist mir irgendwie, wenn du selber Let's Plays machst, machst du einfach nicht. Also wenn ich zum Beispiel gucke, ist Dr. Allwissend, den finde ich ganz lustig, den kennt wahrscheinlich auch jeder. Es sind immer diese zwei Minuten Clips, wo er immer lustig durchs Bild hüpft bei derselben Einstellung, so von rechts nach links, mit lustigen Themen, das finde ich ganz gut. Rainer Schauder finde ich ganz gut, weil der es irgendwie so angenehm und sympathisch rüberbringt und so, wenn er was zu Spielen erzählt und so, den könnte man eigentlich auch mal ein bisschen supporten, der hätte mehr Kommentare oder mehr Abonnenten verdient, finde ich. Aber letztendlich, diese ganze Let's Play-Szene ist schon irgendwie mir immer noch fremd, ja. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gelabert. Ich hoffe, es war so einigermaßen strukturiert, weil ich habe mir so das gedanklich schon zurechtgelegt, was ich mal ansprechen wollte, so diese Meckerei, Fails, Embargos, Alphas und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ging alles mal so ein bisschen auf die Kette. War, wie gesagt, eine relativ interne Geschichte, die sich also nur um YouTube und meine Arbeit auf YouTube richtet, also die jetzt nicht so ein breit gefächertes Publikum wie in einer Kolumne finden sollte, aber vielleicht war das trotzdem mal ein bisschen interessant, so den einen oder anderen Einblick zu bekommen, wie es oder was sich so ein Kommentator denkt, während er halt Let's Plays hochlädt. Und ich würde jetzt furchtbar, furchtbar gerne das noch weitermachen. Ich muss aber leider mit Assassin's Creed 3 weitermachen, wo ich dann irgendwie jetzt Folge 25, 26 aufnehmen werde und auch zeitgleich irgendwie heute noch Folge 16 und 17 hochladen. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer, nee, für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wann immer ihr das hier auch zuhören möchtet. Und ja, bis zum nächsten Mal und haut rein!